Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Freitag, am Brückentag. Ja, kaum ist man mal einen Tag nicht auf Sendung und schon geht der DAX durch die Decke, was heißt durch die Decke, aber doch sehr deutlich nach oben und er kann anschließen an die Performance von gestern. Wir sind wieder bei 14.300 Zählern und damit hält sich das Chartbild natürlich deutlich auf. Wir schauen gleich mal in den Chart hinein. Gestern, wie gesagt, ein sehr starker Handelstag. Wir waren im Tief bei 14.000 etwa, quasi auf dem allseits bekannten Unterstützungsniveau, haben dann im Laufe des Tages die 50-Tage-Linie gebrochen und jetzt auch wieder die Abwärstrendlinie, die seit Januar Gültigkeit hat. Jetzt ist es an der Zeit, eben diese Hürde bei 14.300 zu überwinden. Die bei 14.230, da haben wir gestern quasi den Sprung bis dahin geschafft. Und jetzt, wie gesagt, sollten wir diesen Ausbruch über 14.300 auch noch schaffen, dann könnte es durchaus zunächst mal hier in den Bereich 14.600 gehen und dann im weiteren Verlauf natürlich hier an das Hoch bei 14.900. Warum steigen die Börsen? Ja, viele sagen, die FED hat mit ihrem Protokoll die Anleger beruhigt, dass sie nicht so aggressiv vorgehen wird, wie vielleicht befürchtet. Einen 75-Basispunkte-Sprung ausgeschlossen. Und das hat die Anleger bewogen, wieder kräftiger in Aktien zu gehen. Vor allem auch in Tech-Aktien sehen wir eine deutliche Erholung bei vielen Unternehmen. Nvidia ein sehr gutes Beispiel. Mittwoch nachbörslich Zahlen gebracht, minus 7%. Aber gestern im Laufe des Tages von 160 Dollar auf 178 Dollar gestiegen. Also es werden mittlerweile auch nicht ganz so gute Nachrichten eben positiv bewertet. Man sieht es auch an den Sportartikel-Herstellern. Da kommen die letzten Nachrichten auch immer besser an, obwohl sie ja nicht so gut ausgefallen sind. Also insgesamt alles sehr positiv, was ich jetzt sage. Möglicherweise versuchen wir uns heute noch an einer Long-Position. Kann durchaus sein, unsere Abonnenten werden da per E-Mail informiert. Schauen wir nochmal auf den aktuellen Tagstand. Knapp oder rund 14.300 Zähler. Also ein angenehmer Handelstag könnte uns bevorstehen. Und damit entlasse ich Sie ins Wochenende. Ein schönes wünsche ich Ihnen. Und dann bis bald mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020